ja ups da hat gerade den java zerschossen ja was gibt es abgestürzt und deswegen finde ich hier schon die hülle ich guck mal ob die vorangegangene aufnahme brauchbar ist dann schicke ich die natürlich voraus was ist das ist das ist das habe ich denn für krempel ist mit hier natürlich hier nicht das also dass das markt ist das macht es mal gut so ein bisschen licht hier für mich und dunkel das gold mit nicht runter auch nur ein kopf ist das für die beschossen hier natürlich ist gelungen was ist das denn baumaterial man ja daran tun zu haben das ging ja schon mal aus hier müssen wir heißen also hier gibt es noch ein ausschalten so so ich sollte hier einmal schlafen damit ich in der nähe spawne wieder da muss ich jetzt stehen lassen das ist ein problem hoch mal rutsch 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 ist ja geil ich muss das bett ja stehen lassen aber ich trottel naja egal jetzt scheiße wenn wir sterben stellen behalten wir halten von vorne an die materialien zu sammeln alles mitnehmen so bisher macht mich meine erkennung zu schaffen aber ich hoffe ich hoffe ich bin das ist noch einigermaßen brauchbar was ihr von mir hört da kam ich da war ich aber auch schon ach ja klar das ist gar nicht doch doch hier schon der geräubert alles klar ist fertig wasser vorbeikommen jetzt noch hier runter oh kriper hallo kriper so beschädigt frechheit ich muss noch was essen was ist eine spinne wir sind und ich von online kommt der fischung schon mehr stimmt von johann hier ist eine kohle so kohle schadieren wie diese dieser welt kein problem zu sein das ist extrem kohle lasst sich da hinten ist sie an die fläche das haben wir hier schon fertig erforscht und sie fackeln jetzt rechts so ok wieder hoch hier irgendwie ein anderer mann hier haben wir schon alles durchgeforscht und fangen alle rechts genau das ist fertig hier genau meine rüstung ist mäßig wird schlecht eigentlich müssen wir eine bessere rüstung anschaffen sollten wir uns mal können so eine eisenrüstung wenigstens haben wir schnell eine eisenrüstung klar so und momentan tauschen wegschmeißen so nichts ist fertig machen nervt so dann brauchen wir noch ein oberteil so ein oberteil wecken wird scheiße ach ich habe schon ein scheiße was für eine verschwendung doch nicht rückgängig machen kann man nicht rückgängig machen ich brauche so eine lose ach scheiße ich habe ich schon gehabt so eine mist hier sagt aber auch nichts ne so ein blöder mist ich mache mich nicht das hier so ein bisschen mit kreppel so kohle rein hier und dann schmelzen wir das mal hier wieder platz haben ach so ja noch was falsch gemacht die kiste dahin legen das ist mir den kreppel die wir jetzt so direkt wir haben hunde genug schmeißen wir da rein das brauchen wir das brauchen wir das brauchen wir jetzt nicht so dringend schön für nachtlager klar und dann irgendwann das wasser gelaufen dummes ding für die hunde wenn ich wieder finde heißt das fall war ich auch auf sattel ja komm auch auf gewandt so ok was ist denn das Viech na komm wo bleibst du denn das warst du hast dich zu Tode geärgert du hast dich weg so ein Arsch weg ist er ok ach so ja ja noch ein bisschen doch noch ein bisschen doch noch ein bisschen kohl ach außer dieser Lump der schlecker wie ich scheiße 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 ach kacke kacke hat er uns erwischt ach je na ob wir unser hause zu hause wieder äh 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 unser sterbaut wiederfinden das glaube ich nicht ach ist das ärgerlich ist das ärgerlich ist das ärgerlich ja da fangen wir wieder ganz hinten an ne hier ist nicht mal ein Baum da um ein bisschen Holz zu haben ich weiß noch nicht genau wo wir gestorben sind ich weiß das nicht mehr hinten waren wir schon mal ist alles ausgeleuchtet vielleicht in diese Richtung mal gelaufen ich weiß das nicht mehr ja so ein Mist haben wir ja nicht lange überlebt muss ich sagen aber nur weil ich dieses faux pas mit dieser Rüstung so ein scheiße ach das hat mich so geärgert weil ich eine vernünftige Rüstung habe der ich bestimmt länger als Stand gehalten hätte wahrscheinlich auch geschafft ach das ist von Ärger auch gar kein Baum da da oben ist ein Baum ach je wenn ich schön wuff ich es wieder finde das habe ich jetzt ah mein Zweifel ich muss mir alles neu besorgen müssen ich muss entschuldigen ich muss entschuldigen äh wieso kann man so anpassen wie man ihn braucht schlecht zu fassen geht Entschuldigung also das tut mir leid aber die Kärnung hat mich voll im Griff ah das ärgert mich ah da ist genug Wald da brauche ich nicht hochklettern auf diesen einzelnen Baum da weghacken ich brauche Schafe ja mal gucken erstmal brauchen wir Holz ach mal erstmal brauchen wir Holz wir fangen wieder ganz bei Null an ah ist das nervig ruhig ein bisschen laufen dann müssen wir leider paar Schafe tüten zum einen weil wir Wolle brauchen und zum anderen weil wir Essen brauchen das ist leider nur bei ne wenn man nur so sich durchschlägt dann ist das halt so nachteil ist natürlich dass man immer auch alles verliert die Möglichkeit die Sachen wieder zu finden ist sehr gering so dann haben wir Holz dann machen wir das zack dann machen wir das wir haben ein paar Stückis zack 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 und dann brauchen wir noch das hier schnell mal so so ein minimum ausstellung halt so so das vom natürlich ab den baum pflanzen natürlich so so muss ich leider schaffe schlachten damit wir die nacht und schlafen legen können und damit wir fleisch haben mir sehr leid dass mir genug schafe da noch ein paar schweine da wollen habe ich genug für bett das heißt ich kann jetzt auch ein paar schweine schlachten oder hühner haben wir es war genug essen ist jetzt schon nacht ich muss jetzt mal schnell mit kräften und dann haben wir hier wohl genug so und also schlafen liegen im freien ganz einfach gestört das brauche stein um unser ess zu braten ist alles voller kies überhaupt nichts wir werden ja auch hier schlafen können hier waren wir doch schon mal schön das stein haben wir sind stein ab hier sorgung viel stein sehr viel stein hier stein stand stein so jetzt dann gleich weiter essen vorrede erst mal hier ist mir hier rein so ich brauche das ding hier so haben wir den ofen das ist gut aber keine kohle dann natürlich ein bisschen doof wir können natürlich holz verfeuern erstmal essen zu braten müssen wir mal ein bisschen holz versorgen ich sollte hier vielleicht in der hütte extra noch ein paar rohstoffe da lassen falls ich wieder sterbe weil man spawnt ja hier in der nähe anscheinend ich habe noch mal ein bisschen holz da soll man es mit der epische musik hier holz hacken so heißt der fieber wieder aus gerade ist eine tablette genommen habe dagegen werden sollen eigentlich und das kohle da ist doch kohle hey dieses damit abgebaut muss ich den stein achsern das aber auch ein gegner dann rüber dann rüber so geht es auch so das problem auch erledigt auf jeden fall nichts nach das ist zugeschüttet auch nicht schlecht so kohle siehst du da haben wir schon wieder coole herrlich dann gehen wir unser kleines bungalow wieder hin gucken was unser essen macht ja fertig sehr gut dann machen wir das holz raus brauchen wir ja für andere sachen sagt man schmeißt du noch was sagen wir sollen um essen ich brauche noch mehr essen dabei machen wir uns bessere waffe klar jetzt auch stein stein muss ja ach das kann man auch verfeuern übrigens und eine spitzhacke spitzhacke das kann auch nicht schaden darauf verfeuern und so eine axt so so ist gut das holz das können wir jetzt sind zweimal mystik ist da ok also war eine fackeln das fertig gut fackel machen genau über den rest verfeuern haben wir noch fünf oder verfeuern wir den rest hier und schwer zum beispiel hier brennt er auch dabei probiere ich mal vertreten zu machen so haben wir vier fackeln und zwar wegen ausbeute ja das tatsächlich geht der alten holz scheiß fühlst du uns weg haben wir noch eine stein stein so ok erstens auch fertig hoch nicht gereicht so 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 alles klar so ja ich habe mir auch schon über dich hier vielleicht doch nur aber nein das soll wirklich nur rein durchschlage geschichte werden hier gucken wie lange man überlebt so essen haben wir erst mal wieder genug essen haben wir erst mal wieder genug morgen vielleicht und auch im machen hopp das schiff verschwenden das schiff verschwenden ist verschwendung hier berechnung verschwenden quatsch im moment haben wir ja nicht so viel sparsam sein so haben wir die fackeln auch noch ab die wir da drin haben haben wir alles mit ja alles mit alles mit gut das erst müssen wir jetzt nicht auf der hand haben hier haben wir zwei federn vier pfeile baum und also mal folgendes was hier mal so ein kästchen hin für giraffel so wie viel da zum beispiel so es wird dunkel machen wir noch was anderes so ein bisschen holz ist kohle das ist eine gute idee wir brauchen ja neu unsere kohle brauchen wir neu ja ich weiß nicht wie lange ich das noch mache ob ich dann noch ein paar folgen mache keine ahnung das war ja eigentlich nur so zu übergang gedacht wegen dem server weil der server down war das ist auch noch kohle das ist auch noch kohle so richtig viel essen ist das aber noch nicht ne wenn ich hier alles töte wenn wir beim nächsten neustart nichts mehr zu essen bekommen warte ich noch mal die grafik einstellen ich habe über diese ränder so gut ist wirklich stört mich jetzt nicht gerade dann braten wir noch mal schnell was schon hier sind huch was mache ich denn da so haben sie gleich schlafen müssen wir gleich dunkel noch nicht noch ist es kein stein ein ritt ich frage in welche richtung sind wir gegangen da hinten hin sind so weit gewandert ziemlich weit weg und hier ich schlafen man es ist noch nicht zeit mit untergehen hier gerade kein grafikpaket oder sieht alles so standard aus option einstellungen nein woanders option ressourcenpaket doch habe ich also funktioniert irgendwie nicht so richtig das sind die blätter mal raus und mal das muss ich realistik ja fertig neue unterladen die ganzen beiners dinger können wir raus ja ist jetzt die kameras aus die leuchtet so hatte ich so okay ja ist ein bisschen besser aus jetzt schlafen nacht so ja das den kann weg das wird dann auch mit dann gehen wir wieder auf einer schaffte antworten wir entdecken gehen und na gut wird noch mal eine hohe hüllen tour machen weiß ich nicht mal schauen so ich habe mal das hier diese einstellung gucken was das ist dass man noch wegkriege irgendwie ist aber das ist schon mal angenehmer zu sehen jetzt so ja besser ich gehe jetzt einfach so mal los ich habe bloß noch auf unsere hundis wieder wäre auch nicht schlecht war immer ganz praktisch eigentlich bei der nahrungsverzogung ach Kühe warte ja nicht was tun die da Kühe töten wie das für die Kühe töten ach was tief geht das hier wow tief noch ein bisschen schneller nehmen wir es mit noch ein bisschen laufen das ein torf das lässt man gar nicht gesehen oder wollen wir hier schon mal das ist jetzt zum ersten mal oder täusche mich da Kühe auf dem dach die haben echt eine Kuhplage hallo hallo ich habe gleich mal schon gesehen hallo ach Gott deswegen habe ich das Texturpack ach so hier ist ein Fehler drin deswegen deswegen kann ich die Texturpacken aber ich muss ganz neue haben das ist ja alles kacke ja da muss ein neues her ne neues Texturpacket ich habe hier eine idee hätte ich gerne noch posten ansonsten suche mir ein ex-beliebiges aus hier nirgst eine schöne Kiste mit Geschenken für mich Ofen ist leer immer durch ein bisschen plündern ja herrlich Äpfel ist sehr gut und Eisen ohne Hose die Bäume pflanzen sind ja nett so das ist ja cool naja da wollen wir die Anflüsse genau hier und noch so so ein paar Bäume hier so haben wir noch was die ist leer das habe ich schon geplündert auch leer okay da kommt gar keine noch so das war alles mit so aber ist auch leer ist auch leer keine Bibliothek hier das ist ein langweiliges Dorf hier geht es nur noch so ein Achtturm oder was das ober ist einfach da und da das ist ein Ding nur langweilig ja aus der Schmiede war nichts zu holen hier so essen können wir uns auch noch holen das ist ja schon mal nicht ganz schlecht und zusätzlich essen jetzt zu wenig lohnt nicht Eisenkartoffeln und sie ist so schön und jetzt mal ein bisschen eine Kartoffel haben ne keine Kartoffel können sie im Ofen tun aber das kann ein bisschen gut machen so pflanzen natürlich hier wieder an ordentlich mehr ordentlich ordentlich also mit der Kartoffel bin ich nicht ordentlich dafür stattdessen Getreide an so das auch nochmal Getreide der Subs so kein Körner rausgekommen hat ich bin gar nicht denn nicht so plündert meine Nase noch schnauben Moment ist doch schon wieder dunkel zu so die Folge auch nicht so lang finde ich mal hier auch nicht zu sehr überstrapaziert aber ich habe schon praktisch zwei Tage gelegen wollte ich auch mal wieder was machen wo sind ja auch noch Felder die wir plündern können guck mal hier ein bisschen zu viel abgeschnitten wollte ich auch nicht sehr gut aber auch noch mehr vielleicht die Beute hier und die Situation ja richtig Kammelkartoffel keine Anfangen weg damit kann man nicht anpflanzen die Kammelkartoffel nee kann man nur essen nee 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 nicht mehr anderes essen nicht ich so achso Getreide wieder anpflanzen hier so kann man nicht verhungern wegen mir fertig so Möchen 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 noch nicht nicht fertig so so gut sehr gut sehr gut sehr gut hier ist auch noch eine große ernte heute hier so gut dass die mpcs uns hier nichts übernehmen dass wir uns hier bedienen das würde ich so aber wir sagen ja zumindest dafür dass sie nicht verhungern müssen sondern ich kann es ja gleich wieder neu an na gut nicht unbedingt das was vor drin war behalte ich ja gleich direkt ich glaube sie sind auch nicht reif das immer drin noch mehr fälle frei da sind aber kartoffeln hat doch haben wir das umfeld so hier noch mal getreide so ist auch geplündert erfolgreich es wird auch wieder folge haben wir haben wir denn zum feld aber hier ist noch nicht fertig und ist hier noch was geplündert alles klar sollte man schön schlafplätzchen aussuchen vor allem muss ich jetzt mein erstes bevor zu bereiten hier das ohne tür ich bin mit türen so heute dann sei tür hier hallo tür tür atom auch oben auch da oben so so einigermaßen ausgeleuchtet und zwar essen fertig kartoffeln und getreide machen wir uns brot so sehr hervorragend nicht so auf mein bett geht es ist meins hier schlafen das ist mir vor der tür das wird fassen alles kümmern hier das ist mir aus doch noch ein bisschen lecker brot essen das ist noch wieder reichlich das ist gut matthose wenn man ihn so mit schwert ausmachen das ist man schwert machen also schwer das schon mal besser als ein stand schwert hoch falsch so habe ich mein eisenschwert ist schon mal besser war nur um hofer hin dass er fertig wird in der verkür schlachten das ist eine richtige langplage hier die kühe eigentlich noch eine kuh das war's das machen aus der hier jeder handel wollte alle 12 haben ist zu wenig will zwölf liter haben da noch nicht nur das beides ich brauche noch ein bisschen ein paar kühle suchen gehen zwölf kühle muss ich schlachten hier das schaf das schwein auch kuh immer so viele kühle gesehen wollen sie mal auf dem dach hier sind sie weg alle hier sind sie alle weg wo sind sie hin wo sind sie hin so hier das ist ein schweiner schweine brauche ich jetzt nicht so dringend hier bräuchte ich jetzt dringend kühl an keine kühl da wo sind die ganzen kühe hin also wir hatten vielleicht 36 haben einfach schweine können genauso wie kühle hier sein na gut der nicht der nicht der nicht genau so was macht mein fleisch die kartoffeln meine ich schon noch nicht fertig was lange doch für so lange ein paar fackeln die beteilten betrieben vier fangen gerade noch zwei geklaut schweine doch reicht doch was macht selber nutzt mir eigentlich nichts zu direkt dann werde ich noch nicht fertig aber gleich wieder schlafen geht und das dauert lange dauert mir zu lange ein bisschen holz hacken gehen die behauptet holzer was ist hier was besonderes nix 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 besonderes hier nix okay nix holz 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 ich brauche holz haben wir reichlich und z holz also dass noch zack, zack, so. heute mal zu mir vergessen der sonnkrieme aufzutragen so so genug holz ja, ich habe genug holz mal langsam zurück nacht und da muss ich mich wieder hinlegen meine kräfte lassen nach so so wunderbar dann schmeißen mich ja gleich das fleisch rein aber nichtsdestotrotz werde ich an dieser stelle pause machen und ja habt euch voll und bleibt gesund ich kann euch echt sagen das ist echt ärzten erkennen zu sein und dann geht das ja echt um also passt doch echt auf dass euch nicht ansteckt alles klar tschau bis dann ja ja okay tschüss ich brauche eine komplette gegen fieber nehmen tschüss